Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Programmierung von iPad, iPhone und Co. Wie heute Morgen in der 13. Folge von unserem Audio-Podcast Einfach iOS angekündigt, möchte ich hier ein Video nachliefern, um euch ein bisschen Appetit auf React Native zu geben oder zu machen. Wir gehen jetzt nicht ganz so tief in alle Einzelheiten von React Native herein. Es geht im Prinzip darum, relativ zügig eine kleine To-Do-Liste zu machen. Und ja, dabei wird uns so einiges begegnen und ich glaube, ihr seht, wie der generelle Entwicklungsprozess läuft. Und ja, wünsche ich uns doch mal gemeinsam viel Spaß dabei. Gut, was machen wir? Zunächst mal gehen wir über unser Terminal an ein bestimmtes Verzeichnis. Hier die App-Werkstatt Einfach iOS-Videos und das wäre das Video zur Folge 13. Wenn wir uns dann hier mal umschauen, sehen wir, wir sehen nichts. Da gibt es nämlich noch nichts in diesem Verzeichnis. Und wir machen uns jetzt hier eine To-Do-Liste über React Native. Wie man React Native installiert, das seht ihr ja auf der React Native-Seite von Facebook. Und so tief, wie gesagt, wollen wir jetzt hier nicht gehen. Wenn ihr da Interesse habt, können wir das natürlich alles gerne nachholen. Und wie auch über iOS, bin ich mir sehr sicher, auch über React Native kann man viele, viele Tutorials machen. Und auch Tage, wenn nicht sogar Wochen, Seminare geben, planen, besuchen, was auch immer. So, nun steigen wir hier aber trotzdem mal ein. Und zwar über React Native und wir machen ein Init von unserer Anwendung und die soll heißen To-Do-List. Wie auch sonst, wenn es sich denn um eine To-Do-Liste handelt. So, jetzt wird ein Haufen Zeug im wahrsten Sinne des Wortes in dieses Verzeichnis gepackt. Und da soll man sich dann auch nicht erschrecken, wenn er jetzt gleich durch ist. So, ja, hier wird nichts geschnitten, das ist alles live. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier in dem Verzeichnis ein Folder To-Do-List. Und wenn wir jetzt so ein Diskusage minus Human machen von der To-Do-List, dann sehen wir, das sind schlappe 122 MB. Naja, könnte man jetzt denken, das ist aber viel für so eine App. Aber seid beruhigt, das, was letztendlich dann auf einem iPhone in einem Release-Bild zum Einsatz käme, sind nur zwei, maximal drei MB hier für unsere To-Do-Liste. Wenn eben auch wesentlich mehr an Material zur Verfügung steht. Und zwar ist das Hauptproblem hier, Diskusage, ach, wir wollten gar nicht rekursiv runtergehen, also der Hauptteil unseres Platzes, das seht ihr hier, verbirgt sich in diesem Node-Modules-Folder. Hier sind nämlich viele, viele Daten ausgepackt drin, viele Klassen, Methoden, konstanten JavaScript-Funktionen und was da nicht alles kreucht und fleucht. Und ja, wie gesagt, das ist nicht zwingend genau das, was auch deployed wird, ganz im Gegenteil. So, ganz wichtig für uns wäre jetzt die Wahl eines gescheiten Editors. Und ja, das wisst ihr, Frankie ist mittlerweile auf Microsoft Visual Code und dann kann ich den ja auch hier mit Code Punkt aus dem Verzeichnis öffnen. Und wir haben im Prinzip zwei Files. Ich mache das auch für euch wie immer schön groß. Einmal Index.js und hier sieht man, dass quasi unsere To-Do-List als Anwendung registriert wird und im App.js haben wir eben so ein bisschen Quelltext, wirklich nur eine Handvoll. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was da dieser Generator mit anlegt und was denn schon auf unserem iPhone zucken würde, wenn überhaupt schon eine lauffähige Version da ist. Dazu gehen wir wieder in unser Terminal und sagen jetzt, liebes React Native, lauf doch mal auf iOS und sei doch so lieb und verwende den Simulator, der da heißt iPhone 8. Lassen wir es doch auf dem laufen. So, jetzt wird also einmal der komplette Objective-C-Teil, den Facebook im Rahmen von React Native liefert, kompiliert. Hier auch übrigens Yoga. Yoga ist diese fantastische Layout-Engine, von der ich euch schon in der Folge 11 oder 12 vorgeschwärmt habe. Das wird jetzt alles einmal übersetzt. Objective-C, C und C++ verbirgt sich dahinter. C++ alleine deshalb, weil dieser Teil von Yoga für die Layout-Engine auch genauso auf der Android-Seite verwendet wird. Und jetzt darf man sich nicht wundern, Warnings, ihr wisst das, ich mag keine Warnings in Projekten. Und es gibt auch so ein Setting in Xcode, wo ich gerne sage, treat Warnings as Errors, weil ein Warning ist eben etwas, was dem Compiler nicht schmeckt und potenziell eben auch zu einem Fehler führen kann. Nun ist es aber so, dass Facebook guten Code geschrieben hat, aber dann wird eben mal eine Variable zugewiesen und nicht weiterverwendet. Und das wisst ihr, dann meckert unser Xcode. Was jetzt ziemlich spannend ist, während ich hier euch versucht habe, die Zeit zu überbrücken, indem ich ein bisschen quatsche, ist ein zweites Terminal-Fenster aufgegangen. Und übrigens unser Simulator auch. Und in diesem zweiten Terminal-Fenster auf dem Port 8081 läuft jetzt unser Metro-Bundler. Und das ist genau diese clevere Komponente, die dafür sorgt, dass aus diesen 122 Megabyte Node-Modules nur der geringe Teil wirklich herausgezogen wird, den wir für die App auch brauchen. Und ihr seht schon, und so soll das bei euch dann auch sein, wenn ihr React Native installiert habt, dass die App nach vorne kommt mit ihrem Standardverhalten. Hier steht also dann Welcome to React Native und welche Tasten man drücken soll oder ob man das Gerät shaken soll, um das Developer-Menü zu sehen. Ja, wir sind jetzt wirklich im Development-Zyklus, nicht im Release-Zyklus. Und nur im Development-Zyklus gibt es natürlich diese Bindung an unseren Metro-Bundler. Denn da sehen wir gleich, wie sexy das ist. Wenn man einen Release baut, wird natürlich alles komplett aufs iPhone deployed. Ja, da liefere ich keinen MacBook mit aus, wo eine Konsole läuft, wo hinter irgendeinem Porten-Server läuft. Sondern dann ist natürlich da alles drin. So, das ist halt die Entwicklungsumgebung, das Szenario. Und im Develop-Zweig sieht es so aus. Ja, dann wollen wir doch auch mal Command-D drücken und sehen dann hier dieses Development-Menü. Und wie gesagt, das ist heute nicht die Kompletteinführung React. Dann müssten wir uns ein paar Stündchen mehr Zeit nehmen. Ich will ja eine To-Do-Liste machen. Was ich aber zeige, ist, dass wir hier mal klicken auf Enable Live Reload. Jetzt ist nämlich dieses Feature aktiviert und jetzt wird es sexy. Jetzt gehe ich also zurück in unseren Editor. Und da sehen wir doch hier, ohne dass wir jetzt gleich mal besprechen, wie die Struktur ist, genau diesen Text. Welcome to React Native. Ja, das wird wohl hier dieser Text sein. Und dann sagen wir hier, welcome to einfach iOS-Folge, was hatten wir, 13. Und jetzt passt mal auf, Leute. Schaut mal hier auf den Simulator. Ich werde jetzt die Datei nur speichern. Command-S. Und in dem Moment, wo ich die Datei gespeichert habe, sehe ich dann schon auf meinem Simulator das Ergebnis. Das heißt, ja, eben dieses Hot-Reloading, sobald sich hier irgendwas ändert am Projekt, wird es automatisch deployed und automatisch reloaded. Und der Zyklus ist natürlich noch um ein viel, vielfaches schneller, als wenn ich jetzt aus Xcode heraus immer wieder meine App auf den Simulator pushe. Das Gleiche funktioniert übrigens auch auf dem Device. Ihr könnt also auch die Anwendung im Debug-Modus, Entschuldigung, im Develop-Bild auf euer Device laufen lassen. Und wenn dann euer iPhone und hier der MacBook eben im selben Netzwerk ist, dann greift also auch das Gerät auf diesen Metro-Bundler zu. Und dementsprechend hat man Hot-Deployment vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Das ist dann nochmal so sexy. Das dürft ihr mir einfach glauben. Ja, also, das wäre jetzt der Beweis. Wir haben unsere Umgebung soweit am Laufen. Und dann wollen wir natürlich auch loslegen. Hier diese Extended Syntax mit der Facebook kommt. Die gefällt uns nicht. Die schmeißen wir weg. Und wir brauchen auch keine Unterscheidung. Hier Select zwischen iOS und Android. Und dann brauchen wir also diese Plattform-Unterscheidung nicht. Und wir wollen nur mal einen View rendern. Und in den Styles räumen wir auch auf, dass wir wirklich mal nur eine Handvoll Elemente auf dem Schirm haben. Jetzt machen wir es sogar ganz korrekt. Nur die, die wir wirklich brauchen. Also, wir importieren React und Component aus unserem React. Und wir importieren Style Sheet und View aus React Native. Unsere Anwendung, die da heißt App Extended, nun so eine Komponente. Das ist dieser Import, den wir da oben machen mussten. Und das Einzige, was wir im Moment sehen, ist dieses Render. Diese Render-Methode wird eben aufgerufen von der React Native Runtime-Umgebung in verschiedenen Zyklen, dazu gleich ein bisschen mehr. Und gibt also letztendlich unser User-Interface, die Benutzeroberfläche, zurück. Hier wollen wir jetzt nur mal einen View zeigen. Und dieser View hat einen bestimmten Style. Und dieser Style, den wir verwenden, der kommt hier unten aus unserer Konstante Styles. Das handelt sich hier um ein Style Sheet aus dem React Native Baukasten. Und wir sehen hier unseren Container, den wir wollen. Was machen wir denn da? Da wollen wir doch schon den Style für unsere To-Do-Liste ein bisschen vormerken. Jetzt machen wir uns eine Background Color. Wie wäre es da mit einem Light Gray, so einem leichten Grau. Und über Align Items, die wollen wir schön gleichmäßig verteilen. Die wollen wir also mal stretchen. Das sollte man dann also durchaus richtig schreiben. So viel Zeit müsste eigentlich sein. Und irgendwie habe ich es noch nicht so ganz. Ja, das ist immer so die beginnende Nervosität, wenn man dann doch mal wieder seit langer Zeit sich dran gibt und ein Video macht. Also, was passiert denn jetzt, wenn ich hier das savee? Natürlich wird die Anwendung ausgeführt und wir sehen hier gleichmäßig unseren grauen Hintergrund. Ihr glaubt es nicht. Wer mich kennt, weiß, zum Testen stehe ich immer auf orange. Jetzt können wir also hier auch mal unseren orangen Hintergrund bringen oder Light Gray. Leute, hier beim Speichern ist es gleich visuell und gerendert und unser Gerät läuft. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Werde mich darüber sicherlich auch noch viele Wochen und Monate freuen. Ja, jetzt wollen wir also ein bisschen mehr Fleisch an unsere Anwendung bringen. Wie gesagt, es ist ein bisschen straightforward. Wir wollen ja die To-Do-Liste haben. Das habe ich nur mal heute Morgen vollmundig versprochen in unserem Audio-Podcast. Dann müssen wir das auch halten. Und dann gehen wir doch her und machen uns noch ein View auf, den wir hier positionieren wollen. Und in diesem View werden wir jetzt auch einen bestimmten Style mitgeben. Kommt sicherlich aus unserem Styles-Sheet da unten. Und das wird dann sowas sein wie ein Title-Container. Ja, wir wollen also jetzt auch mal uns um einen Titel kümmern. Dann gehen wir doch einfach her, kopieren hier unseren Container, machen daraus einen Title-Container. Und was müssen wir jetzt da angeben? Da wäre jetzt relativ praktisch ein bisschen Padding, dass wir also nicht ganz so an den Rändern erscheinen. Und dann sollten wir natürlich auch ein Padding vom oberen Bildschirmrand haben. Machen wir mal 30 Punkt. Und dann wollen wir auch eine Background-Color haben. Da können wir ja mal ein etwas dunkleres Grau wählen. Das wäre doch ganz hübsch. Und die Elemente, die wir hier in unserem Titel-Container anzeigen, die hätten wir gerne zentriert. Und auch die, also horizontal und vertikal, quasi auf den beiden Achsen unserer Flex-Layout-Engine. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier oben schon wunderbar unseren Title-Container. Und es wäre natürlich noch umso schöner, wenn wir auch einen Title hätten. Also brauchen wir noch einen Text. Wenn wir einen Text verwenden wollen, dann müssen wir den auch importieren. Und schaut mal hier, ich schreibe jetzt, ich würde gerne eine Text-Note aufmachen. Und dann sagt mein Lieblings-Editor aus dem Hause Microsoft, da würde dann auch automatisch jetzt der Import erfolgen. Ich drücke also Return und ihr seht, hier oben hat er automatisch Text importiert. Wie sexy ist das denn? So, dann haben wir hier also den Text, den wir darstellen wollen. Und wie heißt unsere App? Ja, das ist halt unsere To-Do-List. Wie anders sollte es denn bitteschön auch sein? Und ja, nun sieht es eben so aus. Ein bisschen Fahrt vielleicht für meinen Geschmack. Unser Rezept dazu, da können wir uns schon was denken. Wir werden also diesem Text noch einen Style mitgeben. Und da könnten wir ja sagen, das ist dann nicht der Title-Container, sondern der Title-Style als solches. So, und dann kopieren wir unseren Container und sagen, ja, jetzt hätte ich gerne noch einen Style für Title. Nun könnte man meinen, Mensch, äh, äh, tipperei und Style-Sheets. Aber überlegt doch mal, was machen wir denn mit X-Code? Ja, da klickt man dann in irgendwelchen Properties von einem Storyboard rum. Oder sagt eben auch Background-Color und assigned eine UI-Color oder so. Irgendwo muss man es eben spezifizieren. Und was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich nur eine Font-Size. Und wollen wir mal nicht über Bord gehen. 24 Punkt sollte doch genügen. Und dann sehen wir, wir sehen nichts. Denn wir haben einen Fehler. Irgendwas stimmt mit unserem Font-Size noch nicht. Äh, aber was? Ah, Title-Container. Das Ding heißt zweimal Title-Container. Das geht ja nicht. Denn hier wollen wir uns ja um Title kümmern. Ja, so, hier, schön dick und fett To-Do-List. Können wir auch dicker machen, fetter machen. Leute, guckt mal hier, ich kann das ändern auf 32. Save das und zack, ist die App da drüben abgedatet. Ein Traum. So, also, so einfach haben wir eine Navigation-Bar. Ja, ich höre euch schon. Mensch, händisch und von oben und Pixel und Breite und Zeug. Leute, dafür gibt es alles Lösungen. Heißt React Navigation. Und dann haben wir Tab-Bars und wenn wir wollen auch Tool-Bars und Back und Forth und Swipe to go back und all das. Aber wow, brauchen wir alles nicht für unsere To-Do-Liste. Was wir aber für unsere To-Do-Liste brauchen, ist die Möglichkeit, dass wir einen Text eingeben. Wir müssen ja neue To-Dos erfassen. Wie machen wir das? Das ist ein sogenannter Text-Input. Und wir kennen das schon, automatischer Import von. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir diesem Text-Input denn so sagen sollten. Nun, wie wäre es denn mit einem Place-Holder, dass wir sowas machen wie Place-Holder, hier dein neues To-Do. Wow. Und dann schließen wir unseren Text-Input doch auch einmal ab. Und wir sehen jetzt hier schon, hier dein neues To-Do. Ja, und wir sehen auch, ich kann da mit der Maus reinklicken. Und wenn der Simulator richtig aufgesetzt ist, dann kommt an der Stelle natürlich auch das Keyboard nach vorne. So, wie man das kennt. Und ich könnte jetzt hier tatsächlich schon tippen. So, schön ist natürlich anders. Also, wir wollen schön. Ich kenne euch doch. Rätselslösung. Wie immer, wir müssen einen Style applyen. Und was machen wir da? Da nehmen wir eben unseren Text-Input-Style. Und den haben wir noch nicht. Also müssen wir machen. Da, 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 da. Wir kopieren uns den letzten Style. Machen es jetzt gleich richtig. Soll unser Text-Input-Style sein. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da machen. Also hier machen wir zunächst einmal eine Höhe, die wir vorgeben wollen. Von 40 Punkt und dann wollen wir sogar ein Rähmchen haben. Border Color. Wie machen wir denn den Rahmen? Den machen wir natürlich schwarz. Border Color Black. Was wollen wir noch haben? Wir wollen sowas haben wie eine Breite von unserem Rähmchen. Ja, eins soll mal genug sein. Und wir wollen auch hier ein bisschen Rand haben. Also wie wäre es mit einem Margin von 10 und auch so ein bisschen weg von den Rändern. Ein Padding von 10. Ja, dann gucken wir doch nochmal. Hot Deployed. Und Sie sehen, Sie sehen nichts. Wenn man sich nämlich vertippt, dann sieht das furchtbar aus. Ja, Rot. Wow, Fehler. Und was haben wir Bnorder-Width so nicht bekannt? Man muss also auch bei React Native in der Lage sein, Texte tippen zu können. Ich bitte um Entschuldigung. Es ist live. Es wird nicht geschnitten. Es ist ohne Netz und doppelten Boden. So, und hier kann ich jetzt mein To-Do eingeben. Leute, wie doll ist das denn? Sieht doch schon richtig sexy aus. Ja, und wenn da der Cursor reinkommt, kommt auch das Keyboard nach vorne. Ha, nett. So soll es sein. Ja, nur, jetzt wird es also ein bisschen spannend, denn wir müssen irgendwie die Return-Taste zum Beispiel. Jetzt steht hier unten Return. Ja, wie doof ist das denn? Ich will ja, wenn ich die Return-Taste drücke, dass unser To-Do-Item auch fertig ist. Und das wisst ihr, auf der iOS-Seite kann man ja zu einem UI-Text-Field den Tastatur-Typ bestimmen. Ist das jetzt ein Numberpad oder Text oder Search oder Web oder so. Und langer Rede und dann vielleicht doch etwas kürzerer Sinn. Wir wollen hier an der Stelle sagen, dass unser Return-Key-Verhalten das Verhalten dann wäre. So, und jetzt schaut mal, wenn ich jetzt hier in das Textfeld tippe, aha, steht da unten immer noch Return. Es ist natürlich mal wieder ziemlich cool. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass man nicht die richtige Property gesetzt hat. Return-Key-Type heißt nämlich des Rätsels Lösung. Und wir sehen hier auch wieder die Möglichkeiten, die wir haben. Default, Done, Go, Next, Search, Send, Previous, Google, Join, Root, Yahoo und so weiter. Leute, das funktioniert sogar hier mit dem Auto-Completion aus dem Editor, wo Xcode nochmal durchaus ein bisschen besser sein könnte. Und jetzt haben wir hier unten auch unser Fertig in der Tastatur auf dem englischen Gerät, dementsprechend die Done-Taste. Ja, so, das haben wir dann auch schon. Jetzt wäre es aber ganz nett, wenn unsere Komponente auch in der Lage wären, Text zu erfassen. Und diesen Text, den soll sie dann natürlich auch anzeigen. Und jetzt wird es spannend. Ja, wir kommen jetzt zu einem super tollen Kapitel. Das nennt sich State. Und wenn ihr euch mit React beschäftigt, dann ist es so, eine Komponente wie hier unsere App hat also unter Umständen Properties und hat auch einen State. Und jedes Mal, wenn sich der State ändert, wird auch die Komponente neu gerendert. So, das mal vorweg. Und jetzt gehen wir her und sagen, wir machen mal einen State. Und unser State, den unsere Anwendung zu Beginn mitbringt, wir bauen es ja gemütlich auf, unsere To-Do-Liste. Wäre jetzt so etwas wie Current Text, der aktuelle Text, der da getippt werden kann. Und ja, ihr merkt schon, Frankie wird wieder still und holt dann auf der anderen Seite wieder weit aus. Weil was ist denn jetzt das Problem hier? Ich kann doch hier in das Textfeld gehen und wie man sieht, kann ich doch alles Mögliche tippen. Und das Textfeld nimmt diesen Text auch auf. Ja, das ist richtig. Aber dieser Text steht damit noch nicht als State der Anwendung zur Verfügung. Damit es eine Verbindung gibt von unserem Textfeld zu diesem State, müssten wir jetzt hier noch einen Value angeben. Und ich müsste sagen, pass mal auf, der Wert in deinem Textinput, das ist gleich aus unserer Klasse, das ist die Klasse App, die wir hier haben, hätte ich gerne aus dem State den Current Text. So, jetzt seht ihr, es ändert sich eigentlich nichts, außer dass ich keinen Text mehr da eingeben kann. Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich und an der Stelle machen wir eine Pause. Von wegen, kein Netz und doppelter Boden, hat er Pause gemacht, muss da mal überlegen, der Frankie. Ja, ist ja völlig richtig. Ich kann nämlich jetzt hier rumtippen und auch hier auf der Tastatur und es ändert sich natürlich nichts mehr, weil ja unser Textinput jetzt nur noch den Wert unseres Current Texts zeigt. Und Current Text hatten wir ja gesetzt auf einen leeren String. Schreiben wir da mal unseren Altbekannten, ach, was hatte ich immer, Hugendubel. Nein, ich kriege keine Prozente von denen. Dann ist eben der Text Hugendubel und ich kann tippen und versuchen, was ich will. Der Text bleibt auch immer Hugendubel. So, also, wir müssen natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass, wenn ich Text tippe, irgendwie unser State, nämlich der Current Text, sich dementsprechend auch anpasst. Also, wie macht man das? Jetzt müssen wir eine Methode machen, beziehungsweise aufrufen. OnChangeText auf meinem Textinput, wenn sich der Text denn ändert, soll etwas passieren. Und was soll passieren? Wir wollen aus unserer Instanz die Methode OnChangeText aufrufen. Wo ist denn die? Die ist noch nicht da. Die müssen wir machen. Und was macht die Methode OnChangeText und wie sieht die Syntax aus? Wir verwenden hier die Syntax aus dem JavaScript 20, was, 16, dieses JS6. Also, Leute, ein bisschen unsicher bin ich noch. Ich mache es noch nicht so lang. Und das ist eine sogenannte Error-Typed-Function. Und wir sehen also hier, das ist der Name der Methode. Das ist das Argument. Und das ist jetzt quasi das, was innerhalb der Methode passieren soll. Und was müssen wir denn machen? Wir müssen dann sagen, dass wir von unserer Instanz den State ändern wollen. Und zwar wollen wir jetzt dafür sorgen, dass unser CurrentText gleich dem Text wird, der jetzt hier von unserem Textfeld als Argument übergeben wurde. Also eine Methode heißt OnChangeText, bekommt als Argument einen Text und hat auch einen Rumpf. Und es wird gesagt, dass wir den State ändern wollen unserer Anwendung, nämlich hier CurrentText soll jetzt dem Text entsprechen, der gerade von unserem Textinput gesendet wird. Jetzt wollen wir das Ganze mal safen. Und dann gehe ich hier drüben hin und dann schreiben wir Hallo. Und ihr seht, jetzt kommt auch drüben unser Hallo an. Ja, und das ist halt jetzt, wenn man da so einsteigt in die React-Entwicklung, weil das ist auf Web ganz genauso, wie jetzt hier auf React Native für die iOS-Seite. Das ist dann, wo man sagt, huuuh, ob das so sexy ist, weiß ich aber nicht. Weil jedes Mal, wenn wir SetState aufrufen, wird ja die Anwendung scheinbar komplett neu gerendert. Ja, aber da steckt natürlich Logik dahinter von Facebook und das Ganze ist schon ziemlich hoch optimiert. Und natürlich kann ich auch wieder Methoden setzen, die sagen, ja, aber rendern muss ich wirklich nur, wenn das und das passiert. Jetzt fragt ihr aber trotzdem, ja, um Himmels Willen, warum soll ich denn die Komponente neu rendern, wenn doch nur der User-Text getippt wird. Und da kommt wiederum dieses tolle Prinzip auch zum Tragen, wenn man sagt, ja, wir wollen in React im Prinzip eine klare Trennung haben zwischen State, also dem Inhalt aller applikationsspezifischen Variablen und dem User-Interface. Eine klare Trennung. Denn die To-Do-App ist einfach. Logisch. Da klicke ich ein Textfeld an, dann kommt eine Tastatur, dann kann der User was tippen. Gut. Aber vielleicht wächst die App und vielleicht kommt irgendwann über eine Silent-Push-Notification ein neuer Current-Text hinten hereingeschwebt. Oder eine vorherige Anfrage an einen Server liefert irgendein Ergebnis und dann setzt irgendjemand anders den Current-Text auf einen anderen neuen Wert. Und dann ist es natürlich super sexy, wenn unser Text-Input darauf schon automatisch reagiert. Und wenn ihr jetzt sagt, Performance bei jedem Klick wird neu gerendert, doof, ich mach doch lieber Native. Leute, es ist kein Problem. Es ist mehr als schnell genug. Die UI flackert auch nicht. Die App langweilt sich immer noch 99,99 Prozent der Zeit, wenn ihr über das Keyboard Daten eintippt. Und es ist eben Best Practice. Man macht es eben so. Ich hole deshalb ein bisschen weiter aus, weil mich hat es anfangs halt auch gestört. Aber mit diesem Vorurteil wollen wir dann auch aufräumen und dann ist es doch auch schon soweit gut. Okay. Und dann wollen wir natürlich auch mal dafür sorgen, dass wir, wenn wir auf der Tastatur ein Return drücken, hier unsere Done-Taste, dann wollen wir natürlich auch mal endlich ein neues To-Do-Item erzeugen. Ja, dann müssen wir halt hier unserem Text auch wieder was mitbringen. Pass mal auf. On Submit müsste das doch sein. On Submit Editing. Genau. Seht ihr, Code Completion funktioniert ja. Auch hier sollten wir eine Methode noch machen müssen. Und die können wir ja nennen, ja, On New Item. Nicht? Wenn wir also Return drücken, wollen wir den Text, der hier steht, als neues To-Do-Item verpacken. Gut. Also ich gebe ja zu, wir haben noch kein List View. Wir sehen noch nicht unsere Items, die wir da tippen. Ihr wisst, wenn ich eine To-Do-Liste mache, Brot, Eier, Milch, alles das, was man ständig kauft, wenn man im Supermarkt ist, das könnten wir noch nicht anzeigen, aber unseren Datenhaushalt, um den könnten wir uns ja schon ein bisschen kümmern. Und wo müssen wir die Items hinlegen? In unseren State. Klar, da sollen unsere To-Do-Items landen, die wir hier anzeigen. Also gehen wir doch mal her und erweitern unseren State. Das ist ja nur ein JSON-Object. Und dann sagen wir, es gibt da auch sowas drin wie Items. Und Items ist zunächst mal, wenn die App startet, ein leeres Array. Okay. Da können wir sie hinlegen. Wir kümmern uns in dem Beispiel jetzt nicht noch um die Persistenz. Ja, da gäbe es dann diesen Async Storage. Und dann könnten wir das auch zu Beginn laden und speichern. Aber ich will euch ja nur mal ein bisschen Appetit machen. Machen wir halt so lang. Die App läuft, können wir auch To-Do-Einträge hinzufügen und löschen. Das soll für heute mal genügen. Ich freue mich über Feedback, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich habe Bock auf React Native, das sage ich euch. Da kann man ja so viel erklären. Das macht ja so einen Spaß. Aber wir wollen dann jetzt hier unser New Item auch machen. On New Item. Irgendwann passiert es ja nun mal. Und was kriegen wir denn da? Da kriegen wir herein ein Event, wenn man so will. Ja, und wir wollen dann etwas Bestimmtes tun. Wir wollen nämlich unserem Items Array in unserem State ein neues Element hinzufügen. Und zwar den aktuellen Text. Und ich gehe noch eine Stufe weiter. Wir wollen auch gleich einen Key, einen Schlüssel dafür definieren. Ja, denn das ist jetzt die Vorbereitung für den Schritt, der gleich kommt mit unserer Darstellung in einer Liste. Da möchte ich euch heute nicht den Standard-List-View zeigen, den ihr in 99, nein nicht ganz, aber 90% aller anderen Beispiele im Web findet. Sondern ich möchte schon die Flat-List verwenden, die eben von React Native und dementsprechend Facebook schärfstens empfohlen wird zu verwenden. Denn die ist richtig sexy, richtig schnell, hochlastfähig. Ich arbeite letztendlich wie eine UI-Table-View mit DQ reusable Items, hat also eine Speicheroptimierung und erzeugt nicht wie die ganz normale List-View eine große Scroll-View, auf der schon alle Einträge einmal quasi als gerendertes Ergebnis vorliegen. Das geht oft gut, aber ein Ende ist quasi abzusehen und die Flat-List ist eben das Profi-Element. Brauchen wir hier sicherlich nicht für unsere fünf Items, die wir tippen. Aber wenn man es doch weiß, dass es das gibt und dass man es verwenden soll, will ich es euch natürlich gleich sagen. Für die Organisation ist dann wichtig, dieser Liste, dass jeder Eintrag, den wir darstellen wollen, eben auch so einen Schlüsselwert hat. Und da könnte man jetzt sowas machen wie eine Unified Unique ID, aber wir machen das ein bisschen billiger. Wir holen uns nämlich dazu ein Datum und holen uns die Zeit davon in Millisekunden. Und so schnell können wir nicht tippen, dass zwei Werte den gleichen Wert an der Stelle hätten. Ja, also dann wollen wir jetzt unser neues Array aufbauen von Items, wenn denn in dem Textfeld Return gedrückt wird. Und wie machen wir das? Hier haben wir unser Array und unser Array soll also zunächst einmal alles enthalten, was this.state.items schon hatte. Ja, das sind also alle Einträge, die wir bisher in der Liste hatten. Wer aufgepasst hat, sieht sehr klar, im Moment ist da noch nichts. Aber jetzt ist die Frage, machen wir das neue Element da hinten dran, dann steht es immer am Ende der Liste. Wir machen unser neues Element einfach vorne dran, dann steht es nämlich oben. Ja, das ist jetzt der Trick, den wir hier quasi anwenden. Und dementsprechend machen wir hier vorne unser neues JSON-Object. Und wie soll so ein To-Do-Eintrag aufgebaut sein? Wir haben einen Text. Was ist der Text? Das wisst ihr schon. This.state.currentText. Dafür haben wir ihn ja quasi. Und was haben wir noch in unserem Item? Da habe ich gesagt, brauchen wir einen Key, diesen Schlüssel. Und den bestimmen wir uns jetzt immer wieder neu. Aus einem Datum holen wir uns die Zeit. Das ist dieser Wert in Millisekunden. Und dann haben wir doch wunderbar unser neues Element in unserer To-Do-Liste vor alle anderen Elemente reingelegt. Gut. So. Ob das funktioniert, sehen wir dann, wenn wir hier mal speichern. Und wenn ich jetzt hier schreibe Hallo und drücke Return. Ja, zumindest ist die App nicht abgestürzt. Das ist doch schon mal gut. Viel ist natürlich noch nicht passiert. Der Frank, der ist wieder schneller mit dem Reden als mit dem Denken. Ist nicht so gut. Denn wir haben ja nur ein neues Array aufgebaut. Natürlich müssen wir dieses Array auch hier in unsere Items irgendwie hineinschieben. Also, was brauchen wir denn dazu? Dann wollen wir wieder sagen, this.set.date. Das kennen wir schon von unserem OnChange-Text. Und diesmal werden wir zwei Variablen aus unserem State ändern. Wir werden nämlich sagen, dass wir die Items setzen auf unser neues Array hier. Das war ja der Wert, den wir da berechnet haben. Items soll jetzt das sein. Und wenn wir Return drücken, soll natürlich auch wieder der Current Text auf Null gesetzt werden, sozusagen. Also auf einen leeren String. Denn wir wollen ja bereit sein für die Aufnahme des nächsten To-Do-Items. Und wenn wir das speichern und jetzt hier hingehen und sagen Hallo und passt mal auf, ich drücke Return. Immerhin die Liste. Hier unser Textfeld wird wieder klar. Und der Placeholder-Text ist wieder sichtbar. Ja, das ist super. Also, vielleicht hätten wir jetzt dahinter so etwas wie eine Liste. Ja, ich gehe jetzt mal nicht in das Debuggen rein. Leute, natürlich kann man viel zeigen. Aber wir machen eben jetzt mal hier. Wir wollen den Bogen nicht überspannen. Denn ihr habt eure Zeit ja auch nicht gestohlen. Und wollt ja nur mal schnell sehen, wie sowas hier zusammenhängt. Was fehlt denn? Es fehlt ja ganz klar, dass wir auch mal unsere To-Do-Einträge sehen, oder? Und nachdem wir so einen schönen Titel haben hier, unseren Titel-Container. Und nachdem wir das mit unserem Text-Input schon so hervorragend gelöst haben, brauchen wir halt jetzt eine weitere Komponente. Endlich, höre ich euch sagen. Die von mir eben propagierte Flatlist. Und jetzt für die, die schon mal vielleicht das ein oder andere Video von mir gesehen haben, oder auf einem der Seminare waren, oder auch von Max, der ja auch viel gemacht hat. Ja, wie ist denn das mit dem UI-Table-View? Sell for Row at Index Path. Number of Rows. Number of Sections. Sell gleich New. DQ Reusable Sell. Und dann muss man das registrieren. Und Tod. Und da. Leute, wir haben React Native. Also, welche Daten wollen wir denn anzeigen in unserer Liste? Wir wollen anzeigen this.date.items. Das sind unsere Daten, die wir haben. Und wie sollen die dargestellt werden? Also, wie soll sich so ein Item denn rendern? Und da müssen wir eine kleine Methode machen. Und die nennen wir doch einfach Render Item. So. Da wump. Das war's. Fertig. Ja, gut. Nicht ganz, denn wir müssen ja tatsächlich auch noch diese Render Item Methode machen, damit unsere Liste was anzeigen kann. Und die ist auch relativ schnell wieder erklärt. Machen wir wieder diese Error Function. Error. Error. Nicht falsch. Nicht Error. Error. Oh, ein Pfeil. Diese Notation. Und sagen, schau mal, wir haben also hier ein Item, was wir rendern sollen als Argument in unserer Methode. Und der Methoden Rumpf, das hier ist dieser Arrow, dieser Pfeil. Darum, deshalb heißt das irgendwie so. Und wie soll es denn aussehen? Unser Element, unser To-Do-Eintrag. Naja, das wird wohl irgendwie ein View sein, in dem sich irgendwas befindet. Soweit, so gut. Vermutlich wird da drin liegen ein Text. Und unser Text, der wird dann auch ein Style bekommen. Aber lassen wir das doch mal. Weil das, was da zu stellen wäre, wäre doch von unserem Item der Text. Den wollen wir uns anzeigen. Wir haben ja gesagt, ein neues Item hat einen Text und einen Schlüssel. Und nur den Text wollen wir dem User anzeigen. Der ist ja nicht an unserer Zeit in Millisekunden interessiert. So, schön ist anders, aber vermutlich sollte schon irgendwas passieren. Ich habe mal gesaved und schreibe Hallo. Und Sie sehen, Sie sehen tatsächlich nichts. Das, ja, man sieht genau gar nichts. Also müssen wir uns doch mal ein bisschen mehr um die Attribute kümmern. Schade. Bin jetzt auch wieder nervös. Klappt das überhaupt? Ja, sollte doch. Wäre ja auch besser, wenn es klappt. Hm, gut. Überlegen wir es gleich gemeinsam. Wir haben sicherlich Styles. Und das wäre dann so ein Item Text, den wir hier noch als Style haben. Und wir haben sicherlich auch für unseren View einen Style noch zu machen. Das wäre aus unserem Styles so etwas wie ein Item. Ja, Item Text und Item fehlt uns also noch. Dann wollen wir uns darum jetzt auch kümmern. Also gehen wir hier runter in unsere Styles und kümmern uns auch drum. Was brauchen wir denn? Wir haben gesagt, wir brauchen ein Item. Ja, so ein Inhalt der Liste. Was wollten wir denn da zum Beispiel machen? Wie wäre es mit einem Padding von 10? Wie wäre es mit einem Rahmen am unteren Ende? Border Bottom. Und wir haben dazu eine Breite von einem Punkt. Wie wäre es mit einer Border Color? Und da gerne wieder schwarz. Wie wäre es zusätzlich noch mit einer Ausrichtung, dass wir die Elemente anhand einer Zeile ausrichten? Und wir hätten gerne die Items, die wir dort anzeigen, soweit einmal zentriert. Und Sie sehen, Sie sehen nichts. Macht mich jetzt auch nervös. Gebe ich ja zu. Vermutlich müssen wir dann gleich nochmal in den Pause-Mode gehen und Frank darf überlegen. Item Text ist ein Style, der uns noch fehlt. Item Text. Denn dieser Flex-Layout-Box, guckt mal, hier hat er sich wieder vertippt. Diese Flex-Layout-Geschichte, die ist schon interessant. Aber wir gucken mal. Hallo. Und Sie sehen, Sie sehen wirklich nichts. Blöd. Naja, jetzt gehe ich in die Pause, spare euch die Zeit und hoffe, dass ich des Rätsels Lösung gleich habe. Ja, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Was man alles falsch machen kann, war jetzt gar nicht so trivial. Also, ich speichere nochmal und ihr seht hier drüben, da kommt scheinbar nichts an. Was kann man jetzt machen? Zunächst einmal habe ich dafür gesorgt, so war der Stand, bevor ich aufgehört habe. Zunächst einmal habe ich dafür gesorgt, dass gleich ein Item mal dargestellt wird. Also habe ich gesagt, der State unserer Anwendung ist nicht zu Beginn ein leeres Array, sondern ich habe gesagt, da drin liegt ein JSON-Object mit dem Text Hallo und dem Key 1. Dann habe ich das gespeichert und hat das immer noch nicht dargestellt. Und dann wird man natürlich so langsam verzweifelt, aber man muss natürlich dann auch diese tolle Arrow-Funktion verstehen. Denn sie soll ja etwas zurückgeben. Und wenn sie etwas zurückgeben soll, dann muss man es eben in runde Klammern setzen und nicht in eckige. Ja, und schon taucht unser Text Hallo da auf. Und jetzt kann ich auch sagen, das ist super. So, Leute, es ist auch wirklich super. Und jetzt können wir also die App auch schon wieder so langsam kompletieren. Also sie startet mit einem leeren Array. Hallo, soll dann unser erster To-Do-Eintrag sein. Und ihr seht jetzt hier auch diesen Border Bottom, den wir hier unten in den Styles gegeben haben. Das ist quasi der Strich in der Liste. Und wir wollen das auch mal so einfach lassen. Also hier keine geschweifte Klammer, sondern eine Runde. Das war jetzt doch etwas härter zu suchen und zu finden. Aber nun haben wir es. Aber wir haben noch 33% Batterie. Und dann können wir jetzt natürlich noch dafür sorgen, dass wir Einträge, die wir hinzugefügt haben, auch auf jeden Fall wieder löschen können. Das wäre doch nett. Und ihr lernt ein weiteres Interaktionselement kennen, nämlich ein Touchable Opacity. Ja, das ist jetzt sozusagen für iOS, das wäre ein UI View, wo ein On-Touch registriert wird. Aber alles, was da drin liegt, ist in der Lage, sich in der Transparenz zu ändern, quasi beim Touch so etwas wie so einen visuellen Feedback zu geben. Also Touchable Opacity, das wollen wir machen. Und das müssen wir dann, wie wir uns das gedacht haben, auf jeden Fall auch stylen. Und das soll dann eben unser Erledigt-Button sein, unser Done-Button. Und dann gucken wir doch mal, wie wir diesen Style hier unten gestalten. Also, gibt einen neuen Style. Bitte schön, immer mit Komma. Und was hatten wir gesagt? Das ist der Done-Button. Und wie sieht der denn aus? Unser Done-Button hätte eigentlich nur ein Padding von 10. Und wir wollen sagen, hier, Background Color müsste mit einem dunklen Grau soweit schon wieder passen. Was wollen wir denn in unserer Touchable Opacity-Geschichte zeigen? Also zunächst mal, der Tag ist da noch nicht ganz zu Ende. Der ist erst hier zu Ende. Innerhalb dieses Elements zeigen wir einen Text. Und der Text heißt eben erledigt, fertig. Also unser To-Do-Eintrag soll erledigt sein. Und in dem Moment, wenn wir das haben und wir fügen mal einen Eintrag hinzu, dann seht ihr hier quasi einen Button. Und ihr seht, das ist dieser Opacity-Change. Also ein richtig sexy Button. Und wenn ich es eben nicht über das React Native Button-Element mache, sondern über so eine Touchable Opacity, dann ist das Look & Feel zwischen Android und iOS auch wieder komplett gleich. Okay. Wenn also unser Item als erledigt markiert werden soll, dann ist die Idee, wir schmeißen es aus der Liste heraus, aus unserem State der Items. Und das machen wir jetzt mal über einen OnPress. Wir wollen also dafür sorgen, wenn diese Touchable Area den OnPress erhält. Und glaubt mir, ich schaue jetzt mit Argus-Augen auf geschweifte Klammern und runde Klammern. Scheint ja relativ wichtig zu sein in JavaScript. Und was wollen wir denn machen? Dann wollen wir doch einfach nur unser Array filtern. Filtert, ach nennen wir es wieder, Array, das hatten wir schon mal so. Und wir wollen alle Items noch haben, außer dem, wo gerade hier dann gedrückt wird. Das heißt, der Key auf der Zeile, ich kann ja hier mehrere haben, der Key, der sich hinter diesem Item verbirgt, den möchte ich gerne aus der Liste der Items herausschmeißen. Also, sagen wir doch, dass unser Array wäre, this.state.items, und die möchte ich bitte filtern. Und ich möchte filtern, weil ich ja ein Filter-Item dann habe. Und wenn dieses Filter-Item der Schlüssel ungleich von dem Schlüssel ist des Items, was ich gerade zeige, dann will ich es behalten, sollte aber der Schlüssel gleich dem Item-Key sein. Und Item ist ja das Item, was ich hier in der Zeile darstelle. Sollte es gleich sein, dann wird es eben herausgefiltert, ja. So, dann haben wir unser Array hier. Und ich sehe schon so ein bisschen was, dass ich da etwas aufpassen muss, weil auch hier bei dem OnPress wollen wir wieder so eine Arrow-Function noch haben. Das heißt, da kommt nochmal eine geschweifte Klammer herum. Und dann haben wir das auch von der Syntax. So, jetzt haben wir also unser Array. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich dann this.set.date mache, von dem neuen gefilterten Array, dann sollte ja neu gerendert werden, und dann sollte unsere To-Do-Liste auch fertig sein. Wollen wir mal schauen, this.set.state. Und was setzen wir denn für ein State? Wir sagen, die Items sind unser Array, das, was ich da gerade gefiltert aufbereitet habe. So, und dann machen wir das hier vielleicht so, keine Ahnung. Ich habe jetzt kein Pretty, Prettier, der die Code noch formatiert. Das heißt, schöner geht immer. Wir haben auch kein ES-Lint. Der hätte übrigens dazu auch geführt, dass wir diesen Fehler mit unserem Render-Item schon noch gemerkt hätten. Also, es ist ja jetzt nur der Default-Setup und sollte ein bisschen Appetit machen. Das Schöne ist, ihr wart ja gar nicht so lange unterwegs wie ich, um diesen Scheißfehler zu finden. Für euch ist es ein Video in einem Guss und macht Spaß. Jetzt glaubt ihr nicht, dass es funktioniert. Also, ich merke schon, ich muss Command-S drücken und sage, das ist, ja, ist React Native. So, und jeder Eintrag hat ja einen Key und wenn ich hier Done drücke, dann sollte der, wo ich mein To-Do-Element auch anklicke, verschwinden, bis kein Eintrag mehr in der Liste übrig ist. So, liebe Leute, also, wir haben unser Klassenziel erreicht und ich habe noch 29% Batterie. Das ist doch schon mal was. Obwohl wir heute Morgen schon zweieinhalb Stunden Podcast hatten. Ich weiß, für euch ist das nicht so lang, aber wir haben ja dann auch immer ein bisschen Vorgespräch und so. Also, ich bin sehr zufrieden noch mit meiner Akkulaufzeit vom Gerät. Eine Datei und okay, mit den Styles sind es 114 Lines of Code, aber viel Leerraum auch dazwischen, viel verschenkter Platz. Und Leute, wir haben eine komplette To-Do-Liste. Auch in Xcode geht sowas, geht auch mit Zwift. Auch in Zwift kann ich in einer Klasse natürlich unser Modell hinterlegen, unser Data Model, aber mit diesem ganzen Get Number of Rows, Get Number of Columns, Cell for Road, Index Part, Decure Usable Cell, Register Cell und bis das alles läuft, bis man das verstanden hat, finde ich es halt schon noch wesentlich aufwendiger, als hier mit React Native. Und einen Bonus, den haben wir jetzt wirklich geschenkt bekommen, unverändert, gleicher Source Code, würde auch auf Android genau so funktionieren. Und den Vorteil haben wir definitiv nicht, wenn wir Native entwickeln, egal ob mit Objective-C oder Zwift. So, nochmal ganz kurz ein Recap. Wir haben es uns ja gemeinsam aufgebaut. Ihr wisst, dass ich bin ein Freund davon, nicht irgendwo Code herzuhacksen, sondern wir bauen es eben gemeinsam auf. Dann wisst ihr auch, wie der Entwicklungsprozess auf eurer Seite ist. Also React und React Component, das ist so die Basis, die wir brauchen. Dann haben wir aus React Native die UI-Elemente geholt, die wir hier verwenden möchten. Dann haben wir schon unsere eigene Klasse. App heißt sie. Sie könnte auch Hugo oder Willi heißen. und Extended Komponente. Aber die Klasse, die da App heißt, wird ja im Index verwendet, um sich als Anwendung quasi zu registrieren. Und wir sind von der Standardanwendung ausgegangen. Deshalb hatte ich nicht gleich alles gelöscht, sondern den Rumpf soweit behalten. Unsere Klasse hat einen State. Wir haben einmal alle Items. Das sind unsere To-Do-List-Einträge. Und wir haben einen Current Text. Das ist der, der eben oben in dem Textfeld gerade bearbeitet wird. Und ja, ihr habt es gesehen, nach jedem getippten Charakter wird der State geändert. Und trotzdem sieht es flüssig aus. Und das UI zuckt nicht. Und das ist eben auch der Weg, den man mit React Native so gehen soll. Bevor wir jetzt hier oben erklären, erklären wir unten die Render-Methode. Leute, das ist quasi das gesamte User-Interface. Ja, das finde ich dann schon recht attraktiv. Wir haben unseren umlaufenden View-Container. Wir haben unsere Title-Bar, wenn man denn so will. Wir haben unseren Text-Input und wir haben unseren Flat-List-Bereich, der die Liste ausgibt. Und hier oben zum Titel ist schon nichts weiter zu sagen. Zum Text-Input war schön. Wir haben Placeholder. Wir können den Return-Key-Type der Tastatur bestimmen. Wir haben den Wert, der angezeigt wird. Wir sagen, was passiert, wenn der Wert sich ändert und welche Methode soll aufgerufen werden, wenn die Return-Taste gedrückt wird. Zunächst einmal, wenn der Text sich im Textfeld ändert, bekommen wir den hier herein als Argument in diese Methode. Und wir rufen dann den State auf. Und unser State, nicht vergessen, der hat zwar mehrere Items, aber wir können auch nur eins setzen. Das andere bleibt dann eben unverändert. Und wenn der State sich ändert, wird neu gerendert. Damit ist unser current-Text erweitert um den Buchstaben, den der User getippt hat. Oder um die Paste-Phrase. Ja, Paste-Phrase. Wir können ja Copy-Paste machen. Ist dann eben im current-Text drin. Und dementsprechend beim neuen Rendern ist der Inhalt dann auch so, wie man es erwartet. Ja, wenn ich die Return-Taste drücke, wollen wir ein neues Element erzeugen. Das war hier unser New Item. Und uns interessiert dann das Event, was da übergeben wird, überhaupt nicht. Aber was wir machen ist, dass wir ein Array bauen und sagen, alles, was vorher an Items da war, wollen wir haben. Und mit Komma haben wir da vorgesetzt, ein neues Objekt, nämlich mit dem Text aus dem Textfeld und unserem Schlüssel. Zeit in Millisekunden. Und dann haben wir auch den State gesetzt und den current-Text wieder auf 0. Also einmal Items ist das neue Array und den Eintrag wieder auf Blank, damit der Placeholder wieder sichtbar wird. Und wenn das passiert, wird wieder neu gerendert. Und wenn gerendert wird, landen wir auch irgendwann in der Flatlist. Und hier war nur zu tun, welche Daten soll ich darstellen. Das ist unser Array, der Items. Und wie soll ich es darstellen? Das war unsere Render-Item-Methode. Die hatte uns ein bisschen geärgert, mich zumindest. Weil wenn hier eine geschweifte Klammer ist, dann ist es nicht der Standard-Return in der Kurzschreibweise mit der runden Klammer schon. Dann wird das Return quasi implizit gesetzt. Und dann haben wir unseren außenliegenden View für unseren To-Do-Eintrag, der Text des eigentlichen Eintrags. Und dann mit einem Touchable-Opacity-Bereich unseren Done-Button aufgebaut. Und wenn eben dann geklickt wird, dann filtern wir nur die Items aus. Das Item, auf dem ich geklickt habe, wo der Schlüssel übereinstimmt, das ist dann nicht mehr in der Liste. Und damit wird neu gerendert. Und das hat den Effekt, dass eben wir beliebig viele To-Do-Einträge hinzufügen können und auch beliebig viele wieder löschen können. Okay, wenn wir die App neu starten, ist alles weg. Aber auch die Persistence mit iOS soll ein extra Thema sein und ist es auch. Also muss das ja nicht hier auch noch reingepackt werden. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ihr seht, dass es zwar anders ist, aber wirklich kein Hexenwerk. Und gerade wer vielleicht von euch so schon aus der JavaScript-Seite kommt, weil man vorher Webseiten gebaut hat oder sowas, ja, der ist dann natürlich noch umso schneller Firmen in der iOS-Entwicklung. Und ihr seht, wir haben Xcode noch nicht mal gestartet, geschweige denn heute gesehen. Ich habe nichts erklärt über Deployment, Target und so weiter und Bild-Settings. Und Podfiles ist alles nicht nötig. Mit React Native kann man eben auch anders vorgehen. Das soll es gewesen sein. Jetzt werde ich das Video noch rendern und dann geht es auf YouTube und dann wird es verlinkt zu unserem Einfach-iOS-Podcast. Und dann haben wir eben auch mal eine Videostrecke. Und ihr sagt uns, ob euch das gefällt oder nicht. Also Max, der war jetzt live beim Coding nicht dabei. Er hat mir da vertraut, dass ich das irgendwie hinkriege. Danke für dein Vertrauen. Und irgendwann bist du dran. Und irgendwann machen wir auch Videos zusammen. Leute, an dieser Stelle, Tschüss, viel Spaß weiterhin beim Coden. Happy Coding an allen Fronten. Und glaubt mir, React Native ist richtig geil. Tschüss, macht's gut, euer Frankie. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut.